Sie hören Der Stein des Schicksals von Roberts and Maclay, gelesen von Richard Lingscheidt, eine Produktion der Hörbuchmanufaktur Berlin. Prolog Schatzkammer der Hofburg Wien, Österreich Der Mann wusste nicht mehr, wie lange er schon die Krone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation betrachtete. Unzählige Besucher waren mittlerweile schon an ihm und dem Prunkstück der Habsburger vorbeigegangen. Manche waren auch ein wenig verärgert, dass der Mann den Schaukasten so sehr in Beschlag genommen hatte. Doch das interessierte ihn nicht. Diese Krone war für ihn das Machtsymbol schlechthin. Viele Jahre seines Lebens hatte er seinen Plan geopfert. Und was wäre ein besseres Symbol für all das, was er vorhatte, als die Krone des Heiligen Römischen Reiches? Denn auch er war Herrscher seines Reiches. Er wollte niemals Kaiser sein oder eine andere Form von Regierendem über irgendeine Nation. Auch wenn es ein paar Könige in der Vergangenheit gab, denen er Respekt zollte. Allen voran König Arthus. Der Mann lächelte, als er an den legendären König dachte. Hatte doch alles seinen Anfang mit diesem Mann und seiner Tafelrunde genommen. Er erinnerte sich an die Höhle zurück, als er zum ersten Mal die Energie der Macht gespürt hatte. Das, was er dort erlebt hatte, legte den Grundstein für seine weiteren Pläne. Er wollte nicht über Länder herrschen, sondern über Menschen. Und er wusste mittlerweile sehr gut, wie man Menschen in den Griff bekommen konnte. Mit dem Glauben. Menschen glauben so gerne. Sie glauben an Religion. Sie glauben an Mythen. Sie glauben an Legenden. Sie wollen sogar an Wunder glauben. Und das würde er ihnen alles geben. Etwas, woran sie glauben können. Denn während Menschen glauben, hören sie auf zu denken. Alles, was er in mühsamer Kleinarbeit in den letzten Jahren aufgebaut hatte, sollte nun zu seiner Vollendung kommen. Und das Schönste daran war, dass es kaum jemandem auffallen würde, wer nun die Macht über ihr Schicksal hatte. Zum wiederholten Male drehte er sich um. Jedes Mal, wenn jemand den Raum betrat, in der die Krone ausgestellt wurde, zuckte er ein wenig zusammen. Denn auch wenn es unwahrscheinlich war, konnte ihm der Zufall doch einen Streich spielen. Er durfte nicht wiedererkannt werden. Und es gab hier in Wien einige Menschen, die ihn erkennen könnten. Nach einer gefühlten Ewigkeit riss er sich los und verließ den Ausstellungssaal. Dabei fiel sein Blick auf einen weiteren Schaukasten. Schon bald würde er sich auch diesem Artefakt widmen. Abermals ging er die nächsten Schritte seines Plans im Geiste durch. All seine Schachfiguren waren in Position. Das Projekt Renaissance würde bald Realität werden, dafür hatte er gesorgt. Er bedauerte fast ein wenig, dass er bei der Ratifizierung in Schönbrunn nicht dabei sein konnte. Denn das zweite, viel größere Projekt, Cornett, brauchte noch seine volle Aufmerksamkeit. Und außerdem war es zu früh, sich der Öffentlichkeit zu offenbaren. Sein Handy vibrierte, als er die Schatzkammer verließ und durch das Schweizer Tor auf den Heldenplatz trat. Als ob man seine Gedanken lesen könnte. Gerra hatte es geschafft, sich mit seinen Männern in das Team einzuschleusen, das die Renovierung der 16 kupfernden Statuen unterhalb des Führungsturmes von Notre-Dame organisierte. Der Weg zu Notre-Dame und zur Dornenkrone war also geebnet. Gerra war ein verlässlicher Mann und somit brauchte er sich diesbezüglich keinerlei Sorgen zu machen. Bei diesem neuen, Isaac Hagen, hatte er schon mehr Bedenken. Hatte Hagen doch erst vor kurzem die Seiten gewechselt. Seine Geheimdienstvergangenheit konnte ein Problem darstellen. Er musste weiterhin dranbleiben und dahinter kommen, ob er nicht ein Doppelagent war. Vielleicht sollte er seine Stieftochter darauf ansetzen, Hagen im Auge zu behalten. Die Sonne schien dem Mann ins Gesicht, als der Heldenplatz in seiner ganzen Pracht vor ihm lag. Nur einen Steinwurf entfernt lagen die wichtigsten Regierungsgebäude Österreichs. Wie Marionetten würden schon bald die Menschen darin für ihn tanzen. Österreich war nur ein kleines Land, ziemlich unbedeutend für die Weltpolitik. So schien es zumindest. Doch er wusste es besser. Das Projekt Renaissance war das erste Puzzleteil seiner Vision. Dann wandte er sich um und ein wenig Wehmut kam in ihm hoch, als sein Blick durch das Heldentor auf das Kunsthistorische Museum fiel. Er schüttelte den Kopf, als wollte er schnell diese törichten Gedanken und Gefühle loswerden, durchschritt das opulente Tor, durch das gerade ein Fiaker mit ein paar Touristen hindurchfuhr, und steuerte auf einen schwarzen Mercedes zu, der in der Nebenfahrbahn auf ihn wartete. Er stieg in den Front des Wagens. Zum Flughafen? fragte der Chauffeur. Der Mann nickte nur. Und geben Sie auf der Yacht Bescheid. Ich will sofort nach meiner Ankunft auslaufen. Kapitel 1 Das Blut rauschte und pochte in seinen Ohren. Salziger Schweiß lief langsam über sein Kinn, in Mund und Nase. Er schnaubte, um die Schweißtropfen aus seiner Nase zu blasen. Die Sonne brannte unbarmherzig auf den schwarzen Stahlhelm mit dem großen transparenten Visier. In voller Kampfausrüstung hing er kopfüber im fünften Stock und war kurz davor, sich auf Befehl abzuseilen. Trotz oder gerade wegen dieser Strapazen gehörten die seltenen Ausflüge ins Trainingslager zu den spannenderen Aufgaben seines ansonsten äußerst langweiligen Alltags. Thomas Maria Wegner Offizier des österreichischen Antiterroreinsatzkommandos COBRA Klang spannender als es war. Seit der Gründung in den späten 1970er Jahren gab es nur einige wirklich gefährliche Einsätze. Der als Spezialeinheit der Polizei, Gendarmerieeinsatzkommando, kurz GEK, gegründeten Sondereinheit wurde von der damaligen Presse der Spitzname COBRA verliehen. Sie verdankten den Namen einem Journalisten mit einer gehörigen Portion Humor, dessen Lieblingsfernsehserie vermutlich COBRA übernehmen sie war. Der überaus kreative, aber völlig unpassende deutsche Titel der US-amerikanischen Fernsehserie Mission Impossible krönte einst einen Artikel über die frisch gebackene Einheit. Der Spitzname blieb bis heute und ist mittlerweile die offizielle Betitlung des Einsatzkommandos. Die COBRA ist zudem auch bis heute die einzige Antiterroreinheit weltweit, die eine Flugzeugentführung noch in der Luft vereiteln konnte. Ach, da wäre ich damals gern dabei gewesen, dachte Tom, während er darauf wartete, dass sein kommandierender Offizier endlich den Einsatzbefehl gab. Die Show, die hier jedes Mal abgezogen wurde, wenn ein neuer Innenminister vorbeischaute, um den Fortschritt zu begutachten, verursachte bei Tom Brechreiz. Doch diesmal war sogar der Bundeskanzler persönlich mitgekommen. Mit Herrn Bundeskanzler Konstantin Lang hatte Tom keine Probleme, im Gegenteil. Der HBK, wie man ihn intern bezeichnete, war so etwas wie ein Freund geworden. Tom hat ihm einmal das Leben gerettet und seitdem hatte sich der HBK des Öfteren revanchiert. Vermutlich wäre Tom wegen seiner diversen Eskapaden und der oftmaligen Insubordination schon längst entlassen worden, wäre dann nicht sein Kumpel der HBK. Es war mehr als lächerlich. Welcher vernünftige Soldat seiht sich schon kopfüber ab, dachte Tom. So etwas sah man nur in Hollywood-Filmen oder bei sinnlosen Demonstrationen wie dieser. Und diese Art von Demonstrationen hing ihm gehörig zum Hals raus. Sie wollen eine Show? Dann kriegen Sie eine Show, murmelte er. Als endlich das Go über Funk in sein Ohr drang, ließ Tom los. Mit atemberaubendem Tempo schoss er drei Stockwerke an der hölzernen Fassade entlang nach unten und bremste nur wenige Zentimeter vor einem Fenster. Eigentlich sollte er sich hier gerade ausrichten, sich von der Hauswand abstoßen und mit den Füßen voraus durch das Fenster schwingen. Währenddessen sollte er sich vom Seil lösen, mit dem Schwung des Sprunges im Innern des Raumes landen und einfach weiterlaufen. Doch das war Tom zu einfach, zu unspektakulär. Nachdem er sich durch die abrupte Bremsung blitzschnell gedreht hatte, stieß er sich nicht gleich ab, sondern lief an der Hauswand entlang bis zum benachbarten Fenster. Dort angekommen, drehte er sich um, stieß sich ab und in weitem Bogen schwanger auf das geschlossene Zielfenster zu. Gleichzeitig zog er seine Glock, zerschoss die Scheibe und sprang hindurch. Das Gesicht seines Chefs, Oberst Mayrhofer, nahm eine unnatürliche und gefährlich aussehende rote Farbe an. Doch er behielt seine Fassung, da neben ihm Bundeskanzler Lang und der frisch angelobte Innenminister Heribert Reiter standen. Beide sprühten vor Begeisterung. Reiter klatschte begeistert in die Hände und sah nickend nach links und nach rechts, um sich von den anderen Zusehern die Bestätigung zu holen, dass er gerade etwas Sensationelles gesehen hatte. Stürmisch schüttelte er die Hand von Mayrhofer. »Gute Arbeit! Gute Arbeit! Weiter so!«, sagte Reiter und klopfte dem Oberst auf die Schulter. Bundeskanzler Lang schüttelte nur lächelnd den Kopf. »Sagen Sie, was halten Sie?« »Gute Arbeit!«